Begrüße das Gemüse, willkommen zurück zu FIFA 20, Karriere mit dem TSV Habberg. Ja, das wird natürlich eine XXL-Folge und zwar geht es gleich zweimal gegen die Wiener Clubs, einmal gegen Rapid Wien und im Anschluss gegen Austria Wien, also Wiener Doppelpack. Machen wir gleich auf einmal. Ja, das letzte Spiel gegen Rapid haben wir ja verloren, 3 zu 0, die haben erst sechs Gegentore kassiert. Alter, man hat auch schon gesehen beim letzten Mal, Verteidigung von Rapid. Oha. So, aber wir sind ja gut drauf, wir haben gegen Pauk Saloniki das Europa-League-Spiel zu Hause gewonnen. Möglicherweise kann es sein, dass wir leicht geschweckt sind. So, Raikaret mit dem Schuss, aber Knoflach mit der Parade. Und da, da steht die Abwehr, Rasswalder auf Canzola. Da, Druck von Rapid. Rasswalder mit dem Schuss und nächste Eckball. Ja, in der Europa-League-Spiel ist Rasswalder schon ein Treffer gelungen. Und die Meisterschaft allerdings noch nicht. So, Kröpfel. Und, oh, kommt vor Tadic an den Ball. So, Schwab, oh, Rasswalder kommt nicht nach. Oha. Arena. Und weg. Boah. Gefährlich wieder. Einmal mehr. Rapid win. Raikaret beim Ball. Raikaret noch immer. Raikaret. Boah. Was macht er da? Was macht er da? Verliert er... Verliert die Nerven und schießt den Ball irgendwo ins Nirgendwo. Oh. Ja, das kann sich rächen. Ja, das Direktudel und Platz zwei ist das. Wir sind nach wie vor... Ich glaube, drei Punkte sind das jetzt, oder zwei. Oha. Inter Rapid win. Ah, vor Rapid. Speed, Entschuldigung. Ja, wird kein leichtes Unterfangen hier. Boah. Ball auf Pressing. Keine Chance hier. Jetzt da, komm. Keine Abseits. Keine Abseits. Keine Abseits. Komm, mach ihn. Jawohl. 1-0. 1-0. Der Saarberg. Raikaret. Huhuhu. Jetzt macht er ihn. Er behält den Nerven. Keine Abseits. Und keine Chance für Knoblauch. Eiköp mit seinem siebten Bundesliga-Treffer. So. Wieder Pass auf Raikaret. Raikaret. 2-0. Doppelschlag. Wahnsinn. Was ist hier passiert? Doppelschlag. Das war Abberg. Raikaret schlägt zu. Eiskalt. Schöner Pass. Alles offen. Offen wie ein Scheunentor. Die Rapid-Win-Abwehr. Somit. Acht Gegentore jetzt. Für die Rapidler. 2-0. Die Führung. So schnell. Kann es gehen. Aber. Weiter so. Spielen. Nicht nachlassen. Was war da auf. Aivu. Aivu mit dem Pass auf. Kann ihn diesmal nicht mitnehmen. Wäre fast wieder geglückt. Aufgepasst. Schosche des 2-1. Kittagawa. Der Japaner. Bei den Grünen. Macht. Das Tor. Ja. Wow. Rainer. Das ist halt. Ein klasse Angreifer. Hat uns ja im letzten Spiel schon. Ordentlich Sorgen bereitet. So. Wenn wir jetzt wieder. Schön gemacht von Huber. Hartle Kick. Stark im Zweikampf. Das ist ihre Rapidler Mannschaft. Ja. Ganz toller. Ja. Im Mittelfeld. Werden wir wohl. Neue. Spieler brauchen. Mal sehen. Was die Jungen so schaffen. Denn wir werden. Vorerst. Auch die Jugend setzen. Ach Gott. Unglaublich. 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 Wie blöd muss man sein. Und diese 2 zu 0 Führung. Aus der Hand geben. Aus der Hand geben. Eigentlich nichts. So schnell auf Druck. Das. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie schnell kann es gehen. Also eine 2 zu 0 macht. 2 zu 2. 2 zu 2. Schwierig durchkommen jetzt. Ah. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Abseits. Jawohl. Wow. Wie schnell die da sind. Sofort auf Pressing. Gehen wir. Ja. Sie zwingen uns. Oh. Sie zwingen uns zu fehlern. Jetzt. Kommt. 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 Nicht zu Fuß. Da muss er. Wah. Was. Oha. Lug. Aufgepasst. Schwede. Mann. Oh Mann. Alter. Aufgepasst. So. Ruhig. Spielen. Schau. Wie schnell da ist der Pressingänger da. Kannst nicht mal. Gemütlich auswerfen. Wahnsinn. Was diese. Rapidler Mannschaft heute. Heuer. Fabriziert. Ja. Zwei. Zwei. Der Pausenstand. Unnötig. Die Führung hergegeben. Unnötig. So weiter geht's. Weiter auf Angriff. Aufgepasst. Von Gem. Da war. So. Pass auf. Nein. Upsides. So. Jürgen Heil aus dem Spiel. Ihn kommt jetzt. Ustadler. Unser junger. Mittelfeldspieler. Komm. Ball gehört dir Tadic. Ah. Komm. Kann es doch nicht sein. Enorm aggressiv in den Zweikämpfen. Und. Wie schnell. Die immer. Ball sind. Aufmerksamkeit. Ach. Ah, keine Chance. Komm, jawohl, Rasswalder. Schön gespielt auf der Nisa, was? Er hält hier. So, Konter. Unglaublich. 3 zu 2. Schlechte Stellungsspiel von Svete, Thomas, Santo und von Huber. Ja, ich sehe momentan keine Sonne. Wieder schießen sie uns 3 Tore. Ach, komm, Repp. Na, das wird schwierig. So, Stadler. Auch. Rass ist auch schon schlecht. Ey, ich glaube, EA will uns nicht gewinnen lassen, ja? Das Gefühl. So, komm. Danke, Aufbruch. Stadler wäre da gewesen, aber nix. So, Dreierwechsel bei Rapids. Und Wechsler auch bei Desvapberg. Reikerepp aus dem Spiel. In kommt der Nisa. Und da gleich den. Es ist. Geh, Huber. Es ist kein so ne Zeit. Gut gemacht, von Svete. Was ist los? Und Ding. Schau, wie schnell das sie los haben. Keine Chance. Sofort. So, dann ist er. Dann ist er. Komm, mach jetzt. Jawohl. 3 zu 3. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Alter. Ganz wichtig. Schnell gespielt. Und dann ist er. Ach, Knoblauch. Schnell. Sein Tor verlassen. 3 zu 3. Wenn er wird, die Partie noch drehen. Ah, Huber. Was ist? Ja, von Huber heute ganz ein schlechtes Spiel. Sonst immer so gut gespielt hat. Absatz. Ah. Er schwächelt heute. Oh, Startlast. Ah. Auf einmal. Komm. Oh. Eckball. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Es kann noch mal eng werden. Es kann noch mal eng werden. Ah. Mit Zau. Oh. Oh, Lien hat es ja. Nix. Komm. Was ist, Sarna? Ah. Dinhardt. Ja. Unglaublich. 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 Ah. Ah. Ich versteh' die Welt nicht mehr. Wo stehen denn die Verteidiger? Was ist mit euch? Ja, keine Chance gegen diese Der Bittler zu gewinnen hier. Ja, jetzt muss ich im Winter-Transfer einiges tun. Boah! Keine Chance. Schau' wie schnell war mit Zift es an. Das... Unglaublich. Erste Heimniederlage. In dieser Saison und wieder fügt sie uns rapid zu. 4 zu 3. So gut gestartet. Wir kommen dann zwei schnelle Gegentreffer. Sind dann ein Tor hinten. Machen den Ausgleich. Und können... Es einfach nicht verwalten. Die Luft. Gegen solch eine Mannschaft war einfach die Luft lassen. Die hat so schön gespielt. Dann bekommst du in sieben Minuten zwei Tore. Die war... Die war... Ah, das 2 zu 2 war so unnötig. Aber da sieht man... Ah, der war haltbar. Da sieht man wie... Wie die auf Pressing spielen. Immer sofort. Du wirst zu Fehlern gezwungen. Du wirst zu Fehlern gezwungen und... Ja, kannst du im Endeffekt. Ja komm. Das war einfach nur schlecht verteidigt. Unglaublich. Nein, kein Interview. Es geht nämlich gleich direkt weiter. Gegen Austria Wien. Noch schnell. Training. Ja, ich bastel kurz an der Umstellung. Und dann... Sehen wir uns gleich wieder. Direkt geht es weiter. Wieder ein Heimspiel. Und zwar gegen die Wiener Austria. Das letzte Duell. 4 zu 1 gewonnen. Ja, Rapid ist mit dem Sieg Punkte gleich gezogen. Aber wir haben die bessere Tordifferenz. Mal sehen wie es gegen... Ausgeläuft. Und man sieht... Ein leichtes Schneegestöber. 6 Tore in den letzten 3 Spielen. Oha. Er läuft bei... Reiko Web. Ja, Tadic kommt ihr nicht treffen. So. 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 Lehmauer. Stattuntersuch. In der Ausstellung. So. Reiko Web. Und... Uh. Bumm. Ah, nicht schlecht geschossen. Knapp vorbei. Ja, gegen Rapid ist es nicht so gelaufen, wie er hofft. Haben wir ja vorher gesehen. Tom. Oha. Tom. Oha. So. Pass auf Köpfe. Öpfe jetzt. Komm mach es. Uh. Ja, Austria. Auch etwas. Ist auch gut unterwegs heute. So. Ah. Ja. Komm. Äp. Nein. Noch einmal. Komm. Jetzt da. Mach hin. Ah. Nein. Sie spielen doch. Ah. Ah. Am mal primeiro und weiter gescheitern. Wir mit einem Torwart. Unglaublich. Und wir haben so wenig ein Sportvorteiliger. So, Lehmann, komm. Ja, Foul an Eigenen, was ist mit dir? Ja, Foul an. Da haben wir den Bar und ich, das Wetter, Kasten aus auf, die Kreistasten drücken, jetzt da, schön gespielt, auf Jürgen Heil, nein, das gibt es nicht, wieder ist es der Torwart. Ah, komm. Jetzt der Heil, komm Jürgen, mach ihn, mach ihn, jawohl, mach ihn. 1 zu 0, der Saatberg, was für eine Granate. Oh, mein erster Kieferpack. Schön ins lange Kreuzeck. Drittes Tor, Bundesliga. 1 zu 0 die Führung. Ah, das war ja kaputt. So, passt auf. Das war ja. Pass auf, Jürgen, Halt, nein! Auf einmal Tatic und immer Tatic Tatic, Tatic, 2 zu 0 Ganz wichtig Haben sie mit einem Pass in die Mitte gerechnet Aber Tatic macht es gleich Immerleingang, 13. Bundesligator in dieser Saison Gut gespielt Nein, kein Tor Abseits Trotzendank Das hätten wir jetzt nicht gebrauchen können Oh, Metzler vor der Basel noch Jawoll 3 zu 0 Wahnsinn Jürgen Heil mit seinem ersten Doppelpack Halbzeit hier in Hartberg 3 zu 0 Die Pausenführung Geht da noch was? Oder bleibt es dabei? 3 zu 0 Und Räikköp, Räikköp Nehmen wir Räikköp und 4 zu 0 schön gespielt, ja zum ersten Schuss aufs Tor, gleich ins Tor heute ist Bundesliga Tor ja, heuer muss die Tore Tadic nicht alleine machen letzte Saison war nur ein Hartberger Top-10-Tor-Schützenliste und das war Tadic, der auch die Krone geholt hat mit glaube ich 42 Treffen oder waren es 45 Svete Held und Eckbar ok so, kommt er ein Foul nein, wo passt er hin ok ah, und Jagger und der Verräter hat sich verletzt selber schuld ja, was außer Sorrow wieder ja, genau ich habe einen Ball gehabt und muss ihn hergeben echt jetzt das kann es nicht sein, oder? das ist eine Frechheit ich war einen Ball besitzt Zauberer soviel zu dem immer fair play so Kröpfel Spenderbar nein roden so wegst du mit des Wattberg du kannst die Doppeldraut schützen als ich bin für den Kampf für den Öttersuch und und zweite LTI gefährliche Kopfball so Kröpfel da immer Kröpfel an die Stange uuuuh das wärs gewesen 5 zu 0 leider jetzt da oh wird absatz gepifft ja oh ganz knapp aber trotzdem immer absatz was was freist das so klemm im vorwärtsmarsch ah kann dir nichts das machen so so Tatec noch einmal Tatec 5 zu 0 5 zu 0 Aria Tatec wow was für ein Spiel so nehmen wir aus dem Spielteam kommt Rakowitz das so pass auf Jakovic, nein, der haut ihn über das Tor. Ja, Kolofas. Aber Franz wieder vorbei. Ah! Oh, Jakovic. Jakovic, ah. So war das. Komm, ich drücke. Oh. Geht dann noch ein 6 zu 0. Oh. So, ein Wurf Hartberg. Oh. Oh. Nein. Schafft wir nicht. Oh, an die Stange. Wieder einmal. Ja, wo ist, kommt. und das war es wir deklaas ihren ausgewählern mit 5 zu 0 tolles spiel gut gespielt so soll es sein drei wichtige punkte ganz wichtige punkte ja zweimal heil einmal rep und zweimal tadic schauen wir uns die tore noch einmal an hier jürgen heil schönes tor dann vor der pause tadic noch einmal kurz vor der pause mit dem abpfiff abpfiff 3 zu 0 dann gleich nach wieder an kick das 4 zu 0 und in der 74 spielminate summaren das 5 zu 0 ja das war's von dieser folge doppelfolge gegen die wiener einen daumen nach oben wenn sie gefallen hat ein aber nicht vergessen road to 60 uns fehlt einer und nächste mal europa league gegen als roma bis dahin danke fürs zuschauen äh bloß ihr späuch ich euer licenator das war's von der nicht es in das war's von der uns die 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 die